Johann Anton von Zieten war ein preußischer Offizier, zuletzt Generalmajor. Zieten wurde 1689 zum Gouverneur von Minden ernannt und war Schwiegersohn von Generalfeldmarschall Georg von Derflinger. Er war der Sohn von Kaspar von Zieten und Anna-Katharina von Britzke aus dem Haus Knobloch. Er hat alle Feldzüge unter Kurfürst Friedrich Wilhelm mitgemacht. Im Jahre 1677 bekam er ein eigenes Regiment, das aus Garnisonen in der Mark und Pommern zusammengestellt wurde. Es bildete den Grundstock für das Infanterieregiment Nummer 8. Am 20. Februar 1679 wurde er zum Oberst und am 21. April 1689 zum Generalmajor. Er nannt sowie im Oktober 1689 zum Gouverneur von Minden. Familie Seit dem 8. Mai 1683 war er mit Katharina Charlotte von Derflinger verheiratet. Das Paar hatte einen Sohn und drei Töchter. Er ist über seine Tochter Luise ein unmittelbarer Vorfahre von Otto von Bismarck. George Friedrich Luise Emilie Lemniskate Stefan Bern von Dewitz Johanna Lemniskate Christian Friedrich von Burgsdorf Herr auf Hohenzieten und Marienwerder Charlotte